Die 100 Jahre alten Schiffe sind in den letzten 100 Jahren um einiges größer geworden. So gibt es heute Schiffe, die nicht mehr durch den Panama Canal gehen. Und dann sehen Sie, es ist ein Kostmann. There is a tradition for all of you that came aboard today with us, when we go under the bridge. Those people that came with your girlfriend, or your boyfriend, or your wife, or your husband, or whatever you want to call him or her, with volunteering myself or kissing duty, the guys that came along can also try to talk to the captain to see if he can help you out, what I want. So you know what to do now, when you go under the bridge here, does it take a bridge? Wir fahren gerade unter einer wunderschönen Brücke her. Das ist eine Brücke, die wir später sehen, zu entlasten. Ist zumindest in den Hauptverkehrszeiten die Brücke bedingt aufwärts fährt und nicht mehr schnell genug ist, um aus dem Turiengang rauszufahren, bevor wir uns die ersten Schiffe auf Atlantik kommen, in diese Endstelle einfahren. Der wird also höchstwahrscheinlich jetzt dort festgebunden und muss warten bis ungefähr heute Abend um 6 Uhr, wenn er seinen Durchfahrt wieder aufnehmen und dann im Atlantik beenden kann. Das ist eine Brücke. Die ganze Zeit ist eine Brücke. Jetzt kommt die in der Nähe von 1,2.3ien, Sie können die hier in der Nähe von 3,4ien, die wir in der Nähe von 1,5-4ien-5-3-2-3-3-4-6-3-5-6-4-8-6-8-6-6-6-6. Das ist wo der neue Setz der Locks wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alles, was Sie hier sehen, ist nur das Jahre alt, ja. Es ist am Anfang des Wartens, die Jahre alt sind, ja. Die Stadt der Stadt der Stadt der Stadt ist, und die Stadt der Stadt von 19.000. Sie können in den Stadtrande, es hat die Stadt geschlossen, und die Stadt in den Stadtrande, die Stadt der Stadt von 19.000. Das Boot auf der linken Seite, das sind die Arschicuma-Vibras. Sie haben bereits den Schiffen geblieben. Die Schiffen werden schreien und gestrichen. Sie sehen, die sind doch geliebt. Alles ist 100 Jahre alt. Und die sind aufgrund besserer Schwimm-Bettbewerb. Sie kommen durch den Locken und Mirafores. Das ist, wo wir gestern waren. Das ist eine Brücke, während Bau zurückgeht auf die 40er Jahre. Es ist eine Dresdenke und war die einzige erste Brücke über den Panama-Kanal. Aber noch keine ständige, feste Verbindung. Diese Brücke wird heute viel schwer benutzt. Wir haben heute die Brücke der Amerikas, die jetzt bald vor uns liegen wird. Hinter uns die 100-Jahr-Feier-Brücke. Diese Brücke wird aber immer noch voll Funktionsfähigkeit für den Fall gewendet worden. Sie sehen hier um diese Schleusenkammer herum immer sehr viele Seevögel. Wir haben hier Freaktenvögel, Masern. Ich finde, dass wir jetzt in der letzten Schleusenkammer sind. Und diese Schleusenkammer hat... Die Sie in der platte Stil, bemer mondwendig... Wir haben ein bisschen mehr Flora, die Art ist. Es gibt nur eine Flora Thil des Quiets Leibons und Obtlospage. Und das ist auch so, dass viele Hände in der Mitte der Nähe. Die Leute, die hier oben auf die Schlange, oder die Schlange, die Schlange. Und das ist auch schon. Als nächstes wieder einmal, erneut die Schlange, die Schlange. Das ist ja schon. Jetzt gehen wir rechts von dem Grünen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt drei, die hier zu der links. Die ersten sind neuf. Ok. Es gibt 14. Ein, zwei. Das ist ein Teil von der Amerikas. Die Amerikas wurden in 1963, sechs Monate später der Verkaufung von John Fitzgerald Kennedy. Diese Brücke ist Teil der Panamerikanische Highway, die in Phänomen endet. Die Flanke ist Teil der Planung, die in der Lande sind. Die Flanke ist Teil der ersten Worte, die in der Lande sind. Die Flanke ist Teil der Flanke. Die Flanke ist die Flanke in der Flanke. Die Flanke ist die Flanke in Panama. Die Flanke ist in 60 lbs. Es ist die gleiche als die Flanke vorge. Wir machen nicht die größte Flanke in der Flanke. Wir brauchen uns die Flanke in der Flanke aus verabschieden. Die Flanke in der Nähe ist kosten uns $1200.00. Die Flanke ist eine Flanke zur Verfügung. Die Flanke ist die Flanke aufnöpferd. Wir haben, die Flanke und Flanke zuerstellen. Wir haben ein System von Flanke, Bunker und Tunnel zu gewartet. Die Flanke sind die Flanke aufzunehmen und und den Repubios Antivobas. Da ist es, wo wir alle Altos Mandos Militärs von den USA, die Generalen, die Amerikaner, die Kapitänse, in der Fall, in den Krieg, in den Túnelen und den Repubios Antivobas in den Cerro. In frente de nosotros, hacia la izquierda, a la orilla, después de los veleros, pueden ver un edificio que es como metal reconocido, paneles de concreto. Esto está diseñado para verse de esa manera, no es que se esté cayendo. Eso va a ser un museo, llamado el Museo de la Biodiversidad, construido por un arquitecto muy famoso de Canadá, su nombre es Frank Gehry. Este arquitecto es considerado ser uno de los arquitectos más profilentes de nuestro siglo, y este es el único edificio Gehry que hay en Latinoamérica. El señor Gehry se casa con una mujer panameña judía, y dona dos planos de este edificio para Panamá. Aun así, nos va a contar 31 millones de dólares para terminar este edificio, para el año 2012. Ya pidió la extensión, porque en realidad era que iba a ser uno, o no, un millón de dólares de su dinero, para terminar ese edificio a tiempo, ya que Blackpink, antes de ser Alcón, es arquitecto, y es muy amigo del señor Gehry. Ok, I'm coming on the left side, you'll see a lot of twisted metal and retreat metal buildings, right next to the cell boards at the end. That's going to be the Biodiversity Museum. Bill wants to finish that by the year 2012. Brad Pitt and Angelina Julie, each one donated one million dollars of their own money to get them finished, because Brad, before becoming an actor, was an architect, and he's very good. quasi als Anerkennung an das Heimatland seiner Frau, da er mit einer meiner meinen verheiratet ist. Was ich jetzt nicht wusste, was der von Carlos erzählte, das war, dass Brad Pitt und Angelina Julie, die vor kurzem hier auf Besuch waren, jeder selber eine Million Dollar ihres Privatvermögens hier bestiftet haben für das Museum, weil Brad Pitt nämlich vorher alle hier.